Erstmal gucken, ob wir noch überlegen sind. Oh, runter wir. So, Brückenlampe. Drei Talismänner. Was ist das denn? Oh, komisches Zeichen. Wir brauchen hier fünf Seile. Ziviltruppe. Wow, fünf Seile. Hallo ihr Lieben, bitte gerne, habe ich an dein Geburtstag gedacht. Danke. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe erst nächstes Jahr, von daher. Brückenlampen. Da muss ich erstmal nachgucken, aber die habe ich noch nicht gebaut. Weil ich ja gerade noch diesen Wasserturm und so machen muss. Brückenlampen. Ah, grüß dich Shadow. Wie geht's dir? Wo die sein könnten. Oder ob ich da wieder so ein Spezial brauche. Brückenlampen. Drei Stück soll ich herstellen, ne? Eins, zwei, drei. Okay. Okay, hergestellt. Okay, wir wollen mal kurz den Auftrag. Zack weg. Ach nee, zwei Stück. Toll. Nee. Aber zu mehr, dort muss ich eh hin. Weil ich Froschung machen will noch. Daher. 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 Ich muss der Museum sein jetzt. Irgendwie. Das war doch. Die Olle ey. Mit der war ich auf'n Date. Vielen Dank. Jetzt können wir weiterforschen. Ja, dann forschen wir weiter. Oh, Beziehungen geändert. Beziehung zu Merlin hat sich geändert. Ach du Scheiße. Will sie jetzt doch mit mir in die Kiste? Oh, oh, Panik. Hab heute meinen Kanal. Dann lerne mal vorher die Regeln bitte, Shadow. Das zählt als Eigenwerbung. So, Forschung. Hallo, hast du etwas Neues? Ja, gib mir 20 Datendisks. Nein, das gibt mir nichts weiter. Da. So. Deswegen sage ich's jo. Wenn sich jetzt der Status geändert hat zu Merlin. Hier sind jetzt, äh, Petra hat sich ja auch geändert. Ach so, dort. Äh, wo ist ein Petra? Oh, Fran Herarion. Äh, ähm. Was? Wie? Warum? Da ist eben jemand, der Geburtstag hat. Tatsächlich, das steht hier drin. Tag der strahlenden Sonne. Ach du Scheiße. Das hört sich komisch an. Ja, da strahlt ich mir die Sonne aus dem Arsch. habe ich schon 22 hier aufstärken wie die ich bin nicht mal ein bisschen schneller produzieren die kann ich nicht übertakten es ist schlimm womit habe ich das nur verdient naja wo ich es gesagt habe war das kein tipp das war eigentlich nur halt ne aber das sind solche sachen die bei manch anderen kann das böse enden muss man mal dazu sagen ich habe schon andere seiten erlebt sogar beim ehemaligen kollegen weiterfall da sagen wir mal so der war definitiv nicht nett Was ist denn denn ich mein es nie? naja, wie man es nimmt, wenn er schläft vielleicht. Ich nehme mir nur noch die Platten und dann kann ich das andere anfangen. Ah, stimmt, 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 stimmt. Ich muss mir noch Saat holen. Ich habe keinen Weizensaat mehr. Wenn er hier draußen ja nicht mehr steht, muss ich hoch zur Kirche laufen. Pass auf, morgen sind sie unten, ey. Ich hinladen, so. Ach, hier gibt es die Regenbogenblumen. Ich kaufe. Wollen sie die Kohnchip dafür haben? Ich kriege doch einen zu viel. Die wollen auch die Datendisks haben dafür. Dings haben sie nicht, ja. Hey, da, was für ein krasser Anzug. Hey, da, da würde ich ja richtig geil aussehen. Ja, für das Eheliche von Emily. Alter, bis dahin muss ich mir das Ding geholt haben. Schatz, muss ich mich auch im weißen Zwirn anziehen, wenn ich den Antrag mache? Nein? Muss ich dafür blutbeschmiert sein? So in der Art? Ach, du Schande. Wer opfert sich freiwillig? Von euch? Ich brauche ein bisschen Blut. Ach, Mann. Okay, ich brauche einen Silikot-Schip. Das heißt, bei denen habe ich das nicht gekauft gehabt. Bei wem musste ich das jetzt nochmal kaufen? Ich hätte hier noch rutschen können, ey. Weißt du? Bei Satisfactory kannst du rutschen, aber kannst nicht unendlich fallen. Hier kannst du unendlich fallen, aber nicht rutschen. Mal gucken. Na ja, genau. Fies Bauernhof. Wieso bin ich dann dann? Egal. Aber deutlich weiß ich, dass ich diese Regenbogenblumen für diese scheiß Pigment-Fucking-Drecks-Ding bekomme. Boah. Muss ich nicht so ein Schweinegeld ausgeben. Na ja, dann dürfte ich jetzt eigentlich auch schon zu haben. Darf ich noch was kaufen? Ja. Ich werde schließlich dein zukünftiger Schwiegersohn. Ähm. Hm, ja. Oh, minus eins. Ich kriege schon Rabatt. Danke für deine Unterstützung. Hast du gerade etwas gekauft? Was? Okay. Ich muss dir aber ein bisschen Mühe geben, um an mein Blut zu kommen. Ich werde mich definitiv nicht anstrengen müssen. Hier, drucki zucki. Mach es auch schnell und schmerzlos. Naja, vielleicht ein klein bisschen Schmerzen sind dabei. Aber das liegt auch nur an dem Sadisten in mir. Ja, ich muss dich noch aufheben. Ich muss dich noch aufheben. Hallo? Hallo? Wo? Zu Jo Hätte ich ja auch noch erst mal sehen können und dann zurückbringen. Ich meine immer diese Doppel- und Dreifachwege. Diese Pflanzengröße, ach ja stimmt, das ist nicht für diese Größe gedacht. Da, 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 da. Klitsch Ist gleich fertig, sehr schön Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter so das braucht die aufladestation dann haben wir das schon hartes aluminium ganz für andere harte sachen aber als aluminium ich kenne sogar transparentes es ist ja egal aber ich kenne transparentes aluminium 4 steilbar ein verbesserter motor müsste ich glaube ich noch verbesserter generator energy draufsteht sieht komisch aus aber ok ok so noch zwei große rohre und vier stahlplatten man wird fertig hier mit der produktion der kleine ist schneller als alles andere hier dieses ist nicht komisch ich konnte schon mit rechnen ist das ne so stahlplatte ist noch im laufen großes ohr brauchte ich den noch mal für große rohre und hört auf schweinisch zu denken und ventil können die hilfsarbeiter machen und dann kann ich doch glaube ich noch Das war's für heute. Kann ich eigentlich auch was hier drauf gehen? Wow, blaues Leder. Ernsthaft? Die sind so ein Auftrag, die laufe ich kurz rüber. Schlachte die Viecher selbstständig. Wie schnell dabei. Ja, ich hab's nötig. Das kostet wieder Schweinegeld, aber egal. Zieh ich nicht runter. Ist aber aufwendig, transparentes Aluminium herzustellen. Ach Quatsch, wo ist denn das aufwendig? Ganz einfach. Na, wir haben noch Zeit. Dante macht das alles allein. Ja, nee. Hey, wenn ich's alleine mache, weiß ich jedenfalls, dass es so ist, wie ich's haben will. Aber wenn ich Scheiße baue, ne, schrei ich euch trotzdem mal an. So, dann legen wir uns jetzt erstmal Pendeln. Werkstatt Level A. Ja, 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 ja. Ja, und ich bin vor Higgins. Ja, hab's auch nicht anders gelernt, Alisir. Und daher. Das war's für heute. Richtig. Bin ich voll weg der gleichen Überzeugung. Wenn du was machst, dann mach es gleich richtig. Dazu zählt sogar Scheiße bauen. Wenn du Scheiße baust, dann baust du Scheiße bitte richtig. Lass keine Klagen kommen. Dann brauche ich nur noch. Die zwei Schlafplatten wieder rauskommen und dann ist das erledigt. So, das ist bestimmt das Forschungszentrum. Ziviltrop, achso. Ich hab mir schon meine Sachen vorbeigebracht. Ja. So, und das ist wieder Forschung. Schatz, da musst du nicht dein Stimmchen anwenden. Man kennt mittlerweile die Texte. Na, Jens? Oh, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oh, Frau Lehrerin. Drei Muschelhalsketten. Aber? Drei Armsträger. Oh, das ist für Emily. Das heißt, wir müssen das machen. Armsträger. Muss ich machen, ob mir das gefällt oder nicht, weil es ist Emily. Bringt Pluspunkte. Mal gucken, wann ich so knutschen da. Beim ersten Date nicht mit Zunge. Okay. Aber beim ersten Date kü- küssen. Ist das erlaubt? Kommt drauf an. Ja, Erklärung. Ha, ob sympathisch ist oder nicht. Ah. Bronzebarren brauche ich dafür. Ah, warte mal. Bronzebarren. Bevor du hier mal weiter produzierst. Ähm. Mal kurz auftanken. Abbrechen. Deck. Und. Drei. Deck. Politisch. Ich bin so gut. Ah, ah, awesome. So. Dann holen wir die Röhrchen hier hin. Äh, die Bronzebarren. Und da ist Emily. Ah. Schnuckibut. So. Wow. Du bist schnell und zuverlässig. Vielen Dank. Zauber. Wie viel habe ich dafür bekommen? Beziehung 36 dazu gewonnen. Das ist, das ist awesome. Und, äh, beschenken. Hier wieder dein Kuchenstück, was du inhalierst. Und. Interagieren. So knuschen kann ich aber noch nicht. Und. Lauf doch nicht gleich weiter. Mal Foto machen. Uh. Hey, wie geil. Deck. Mal pausieren. Das finde ich mega. Vor allem diese krass geilen Brille. Yay. Äh. Was haben wir denn noch für Haltung? Äh. 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 Ist aber nicht süß. Äh. 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 Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Weißt du? Beim Arm nicht. Aber bei der Pose. Äh. 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 Das muss fotografiert werden. Hand am Arsch. Äh. 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 EYa! Okay. Äh. Äh. Pfff.